Jetzt müssen wir uns eigentlich schon erkennen. 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 Jetzt müssen wir uns einfach erkennen. Ja, ja, ja. 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 Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Ja, 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 ja. Lieber Sven, dem ist überhaupt nichts mehr hinzuzufügen. Er ist schon da, genau. Ich denke, wir hatten einen wunderbaren Abend. Du hast Sinatra wieder auferschwimmen lassen. In all seinen Facetten hast du ihn hier gespielt, gesungen. Und letztendlich ganz vielen Dank, dass du da auch noch einen abgestattet hast. Wow, 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 wow. Genau. Wahnsinn. Ja, es geht weiter. Mal sehen, vielleicht irgendwann. Vielleicht erzählst du uns beim nächsten Mal, wie man Braunschweiger des Jahres wird. Das ist ja auch so ein Titel, den du mit dir rumträgst. Und ja, es war ein außergewöhnlicher, es war ein besonderer Abend. Und wir sagen Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Und ich sage Tschüss, schaut mal wieder rein. Hier gibt es jede Menge zu entdecken. Tschüss, bye, bye. Bis demnächst mal. Ja, das war die Bescheidung. Ja, das war die Bescheidung.